Oh, so, so, YouTube. Hallo, herzlich willkommen zu Geotastic. Ja, wir sind wieder da und wollen Pinpointing machen. Wir haben unsere drei Runden mit unendlicher Zeit ausgewählt. Wir werden irgendwo abgesetzt, mitten im Nirgendwo, auf Google Maps. Und in diesem Spiel werden wir herausfinden, wo wir sind. Und ja, mal gucken, ob wir das schaffen. Und das geht los mit Runde 1. Da sind wir da. Oha. Asien. Oha. Nein. Ich erkenne die Schrift nicht vom Schriftbild. Kuwait? Bahari Villas? Okay, aber so, so wie es aussieht, von, von der Grünheit und Dings. Dubai? Dubai? Sieht ja so künstlich aus. Obwohl, es sieht eher mehr nach, äh, Abu Dhabi aus gerade. Wartet. Die Sonne ist im Süden, wir sind im Norden. Passt. Ich weiß gar nicht, ob Saudi-Arabien überhaupt drin ist. Ich glaube nämlich nicht. Tunesien oder sowas. Beach Central. Beach Central. Beach Central. Grand Mall. The Pearl Island. Katar. In Katar sind wir. Okay. Pearl Island, das muss man doch aussehen. Duck Lake, Water Area, Pearl Island, das kann doch nur hier irgendwas sein. Das ist nicht alles aber neu aufgeschippt sowieso. Old Doha Port. Adina, Katar. Okay, Beach Central, Adim Beach. Hier auch noch mehr Inseln. Waldorf Astoria, ganz wichtig. Haben die viele Kreisverkehre? Die haben nicht so viele Kreisverkehre. Die haben eher Kreuzungen. Das heißt, wenn wir einen Kreisverkehr finden. Ah, hier sind welche. Pearl. Pearl Boulevard. Okay. Dann könnten wir hier sein gerade. Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Aber ich muss sagen, wenn man sich mal so an Europa 18., 19. Jahrhundert erinnert, nicht? Die Städte waren auch alle Plätze über Brunnen und Prunk. Da sind die jetzt gerade in dieser Phase, nicht? Und die nutzen das gut aus. Guckt euch mal an. So was können wir in Europa gar nicht mehr bauen. Wir können viereckige Betonklötze mit Fenstern drin gerade mal bauen. Und die hier können wirklich, ja, ich sag mal, historisch akkurate Gebäude aus dem Nix stampfen. Und das sieht einfach genial aus. Ja gut, ist halt teuer erkauft, aber schade, dass wir das nicht mehr können heutzutage. Hat auf jeden Fall echt Flair. Auch hier mit den Lampen und sowas, nicht? Mit den Blumen dran. Kleine Städte machen das oft. Das hat sehr viel Charme. Aber Berlin und die Großen, die haben gar kein Geld dafür. Alles pleite heutzutage. Giardino Village. Okay. Giardino Village. Medina Village. Äh, Giardino. Es muss aber neu sein. Ich sehe es nicht. Ich weiß halt nicht, ob alles hier überhaupt auch aufgelistet ist. Mall. Wissen wir, wie der Kreisverkehr heißt? Wollen wir mal, ist da ein Kreisverkehr mit einem Kreisverkehr? Nee. Das ist so ein Abgang. Bahari Willis North. Sehen wir die? Bahari. Bahari Willis North. Okay. Das ist hier. Das heißt, einer von diesen beiden. The View Residents. Das hier sieht schon eher danach aus, nicht? Und das ist die... Dieses Ding. Steht zumindest fast nach Norden. Passt schon sehr gut, die Ecke. Äh. Ähm. Warum hat der Kreisverkehr nicht groß den Namen dran stehen? Das wäre noch gut gewesen. Um sicher zu gehen. Aber gut. Wir gehen mal zurück zum Start. Wo geht's hier hin? Floresta Garden. Floresta Gardens sind hier. Das heißt, irgendwo dort stehen wir. Auf eine dieser Höhlen. Ähm. Sieht man diese Doppel-Einfahrt? Müssten ja eigentlich 1, 2, 3, 4 Straßen mindestens nebeneinander sein. Gucken wir mal auf dem Schild. Das kann ich schlecht lesen. Das ist so zu grau. The... Achso, da steht auch nur The Pearl Island. Bahari Village. South Florida Gardens 3. Hier ist 1. Das 110. Das 2. 107. 109. Hier ist Viva Baharia. Hm. Da ist auch Gardino Gardens. Nee. Floresta Garden. Mich verwirrt gerade dieses Viva Baharia. Ich meine, die würde ich doch eher hier drüber erreichen. Oder... Ah, nee, hier. Viva Baharia Towers. Ah. 1 bis 29. Hier ist 28. 26. 24. Okay, vielleicht... Da ist 29. Okay, das heißt, entweder hier oder da stehen wir davor. Das hat leider auch keine Straßennamen, die beiden Dinger. Das heißt, das werden wir nicht rausfinden können. So. Bei uns gibt es aber vier Einfahrten auf der anderen Seite, hatte ich gesagt, ne? Und zwar genau gegenüber von dem Ding, zwei nach links und zwei nach rechts. Drei nach rechts. Okay, fünf. Zwei nach links. Das sind die, also zwei Doppel-Einfahrten, die eng beieinander sind und eine... Die, die in so einen Rundkreis geht, dann sind wir hier. Die anderen sind nicht eingezeichnet, nicht? Aber das ist die, die in den Rundkreis geht. Würde ich mal ganz stark vermuten. Könnte auch das hier sein. Oh Mann, das ist... Ob alles eingezeichnet ist, ist halt die Frage, nicht? Könnte auch das hier sein. Zwei, drei, vier, fünf. Das wären die zwei Doppelten und das wäre die Einfahrt hierhin. Dann wäre das die Almadra Street hier. Wo schreiben die denn die Straßennamen ran? Machen die das wie in England an der Seite? Oder oben drüber wie in Amerika? Na, das ist wahrscheinlich zu neu, nicht? Das haben die hier noch gar nicht hingeschrieben, wenn überhaupt. Oder das ist halt die Straße ohne Namen. Ich glaube, wir müssen Abstände zählen. Also wir sind genau bei Floresta Gardens 3. Da steht leider nicht hier, was das ist. Okay, also wir fahren rein. Dann kommt... Ja, eine Einfahrt. Dann kommt... Noch eine Einfahrt. Vielleicht sehen wir das Ding. Das Restaurant oder so. Floresta Garden. Das sind auch nur... Galerie. Floresta Gallery. Und dann kommt der Kreisverkehr. Die hier hätte keinen Kreisverkehr. Oh, ich hoffe nicht, dass wir... Ne, da können wir ja nicht stehen. Wir können nur hier stehen. Floresta Gallery. Ja, okay. Jetzt haben wir es. Und wir stehen so ein bisschen dort. Bingo Bongo. 5,45 Meter. Boah. Gar nicht so leicht, wenn alles gleich ist, nicht? Und du alle 5 Meter das gleiche hast. Und den Kreisverkehr hätte ich noch ein bisschen verzweifelt. Okay. Und damit geht es in Runde 2. Hat länger gedauert, als es hätte gebraucht... Hätte sein müssen wollen sollen. Na gut. Was haben wir hier? Die Sonne ist im... Im Westen. Ganz leicht im Norden. Also Äquatornähe. Ähm... Vielleicht Äquator. Ah, wir starten wegen sind auf einer Schnellstraße. Das ist schon mal gut. Horizon People... Nee, Properties Inc. Per Square Meter. Dollar. Acres. Okay. Wir haben Rechtsverkehr. Rechtsverkehr. Also nicht Neuseeland oder irgendwas. Leaving Island Daily. Sail I must by June 20. For Ren. Fiona. Okay. Wir sind also auf einer Insel. Aha. Dann ist es vielleicht Guam. Straßennamen helfen. Bei sowas. Ha-Ha-Tan Aurelia-T-Cruz. Äh... Guam. Wo bist du? Oder... Amerika Samoa. Aber das wäre ein bisschen weiter hier unten, nicht? Samoa. Da. Da waren wir neu. Das ist ein bisschen sehr weit nördlich. Gut. Wir fahren mal ein Stück. Auf jeden Fall gibt es Palmen, nicht? Palmen sind bei mir immer Insel oder Panama. Aber da hier kein Spanisch gesprochen wird... Ja, Guam. Okay. Jetzt haben wir es. Kann es eigentlich nur noch Guam sein? Wollte ich gerade sagen. Und da kommt das schöne Schild von Guam. Aber da haben wir ja schon hingeklickt. Die sind so gut geworden. Oh. Was ist denn das für ein Bus? So ein richtig alter amerikanischer Schulbus, aber in weiß umgestrichen. Oh ja. Hat aber irgendwie was, oder? Oh. Habe schon Sachen gesehen, die mir im Video gefallen hat. Erinnert mich so an Miniatur-Eisenbahn. Echt hübsch. Würde ich mir gerne auf meine Miniatur-Eisenbahn setzen, wenn ich denn eine hätte. Also grundsätzlich habe ich eine Miniatur-Eisenbahn. Ich habe alles da. Spur N und Co. Oder TT oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Aber ich habe keinen Platz dafür. Alles im Schrank. Ich habe auch Lego, wirklich. Ich habe Tonnen an Lego. Ich habe bestimmt so ein Galax-Regal von, ein 4x4-Regal von Ikea, wo einfach vier von diesen, oder die Hälfte unten, das sind 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8 Dinger einfach voll mit Lego sind. Wollte ich unbedingt aufheben, als ich umgezogen bin. Nimmt mir so viel Platz weg. Und ich würde es gerne auch benutzen. Aber wo? Der Raum geht von ihr nach da. Und das war es. Da kann ich nicht viel machen. So, die 9. Die 8 haben wir selektiert. Dann brauchen wir aber die 9. Die 9 war doch neulich so ein ganz kleines Ding irgendwie nur. Die habe ich nämlich ewig auch nicht gefunden. Die war hier so ein Stück oder sowas. Da war es die 11. 7b. Die 10. Die 8. Die 1. Die 27. Hier um 9. Da, das Stück ist 9. Okay. Lustig auch. Hier ist 3, aber hier ist 9. Bis hier. Und dann ist wieder 1. Okay. Norden, Osten. Also hier kommen wir auch direkt raus. Und wir hatten ja einen Straßennamen. Unsere Straße verläuft Nord-Süd. Dann können wir also nur auf dem Stück sein. Wollen wir mal wie viel Nord-Süd? Wirklich schon sehr südlich. Dann können wir eigentlich nur hier sein. Irgendwo. Und wir haben eine Straße, die nach Westen weg geht. So. Wenn wir jetzt herausfinden, wie die Straße da heißt. Die wir nicht reinfahren dürfen leider. Die hat aber einen Namen. Ah, das ist blöd. Das wäre natürlich am besten, wenn wir den Namen hätten. Gmarkt. Das hilft nicht viel. Hier war aber doch irgendwie die zweite Straße. Genau. Wie hieß du? Schalan-Fungo. Schalan-Fungo. Schalan-Mapfagis. Amires. Naja, das passt nicht. Ardeno. Hier ist auch schon die 1. Aber es könnte auch sein, dass wir auf der 1 sind. Weil da stand ja nur, es geht zur 9, nicht? Also wir fahren nach Nord-Osten. Das passt sogar. Und die geht nach Richtung Osten ab. Also auf der Seite. Fungo, da ist sie doch. Dann stehen wir vor der Evangelista, oder? Die Fungo ist Richtung Süden. Dann stehen wir vor der Skimarkt. Da ist der Skimarkt. Der ist wirklich eingezeichnet. Okay. Dann stehen wir aber, ich glaube hier würde ich mich hinsetzen. Ja. 4,56 Meter, weil die zweite Straße ist nicht eingezeichnet hier. Das sieht doch gut aus. Ein gerader Strich. Wenig gefahren. Und heute läuft's. Ich würde sagen, ab in Runde 3. Oh no. Also, spontan. Ich dachte erst kurz Bangladesch. Jetzt bin ich kurz auf Südamerika. Wir gucken. Die Sonne ist... Südwestlich. Also, sind wir im Norden? Kolumbien oder Indonesien? Oder Bangladesch? Aber... Tatatier, Marin, Venture, Ullagur, Po... Hier steht ja genau dran, wo wir sind. Okay. Okay. Tykaluseri Panschaliari Gerihala Taluk. Alapuza District. Ähm. Okay. Also, wir haben eine genaue Adresse. Wir haben einen Start. Und wir haben... Eine Postleitzahl. Wir haben den Straßennamen. Und das hilft mir gar nicht. Weil es das Land null eingrenzt. Okay. Ich muss ein bisschen rumfahren. Ah. Sieht schon eher nach Bangladesch aus, oder? Oder Indien. Indien könnte auch sein. Weiße Kuh auf jeden Fall. Das spricht auf jeden Fall für ein heiliges Tier. Die ist auch gut genährt, nicht? Die weiße Kuh. Ich habe selten so eine gut genährte Kuh in Indien gesehen. Oder wo wir immer sind. Gerade. Sir, können Sie mir kurz weiterhelfen? Entschuldigen Sie. Wo ist er denn? Versteckt er sich vor uns? Entschuldigen Sie. Mann. Ist hier irgendwas? Es war halt hilfreich, wenn ich irgendein natives Schild mit der Sprache oder sowas sehe. Hier ist alles Englisch. Das verwirrt mich total. Aber gut. Es gibt Regionen in England, die halt sehr englischsprachig sind, nicht? Oh. Aber das ist doch Myanmar, oder? Oder ist das Sri Lanka? Aber gut. Vielleicht wird das auch da unten gesprochen. Da sind ganz viele Sprachen, nicht? Oder Zeichen. Na, okay. So ganz sicher bin ich mir noch nicht. Aber Sri Lanka könnte es sein. Sri Lanka liegt dichter am Äquator. Und ist sehr englischsprachig. Bedeutet aber auch, wenn ich gleich zurücksetze. Ich fahre nur ein bisschen, ein bisschen was sehen wollen wir auch in der Folge. Wir sind erst bei 20 Minuten. Da können wir auch noch ein paar Minuten in Bangladesch, äh, wo auch immer wir sind, verbringen. Ich dachte, das ist eine Flagge oder so. Dann wäre es aber eher Indien wahrscheinlich. Sri Lanka hat ja diesen Löwen geteilt mit den anderen Farben. Aber da ist auf jeden Fall Indien. Aber, sag mal, ist das eine Flagge, die Indien verarscht? Das sieht aus wie entweder eine Ente oder ein Popo und ein Ventilator. Das ist doch echt eine Hommage an die indische Flagge, oder? Also das kann doch nicht echt sein. Hm. Oder ist es von irgendeinem Staat, die Flagge? Das ist Indonesien? Okay, wären wir in Kambodscha, hätte jetzt schon Kambodscha People Party dran gestanden. Das können wir also ausschließen. Und ich glaube auch bei Myanmar gibt es irgendwie, auch irgendwie so eine Person Party oder sowas. Da war auch irgendwie mal was. Soman Store. Boah. Kann ich nicht lesen. Ich würde sagen, wir fahren noch hinter die nächste Kurve oder an die nächste Kreuzung ist vielleicht gar nicht schlecht. Vielleicht gibt es da irgendwas Größeres, so wie das hier. Ja, okay. Jetzt die Schilder. Po-Ka-Schakal. Po-Ka-Schakal. Weil wenn ich so die grobe Ecke habe, dann finde ich über das andere steht ja sofort, wo wir sind. Trichu-Kalukum. Trichu-Kalukum. Tisha-Sahamara. Trika-Kumalele. Hier, Kini. Nee, wir suchen Pocki. Okay. Ich kann das so alles null aussprechen, nicht? Ich kann ja nicht mehr Deutsch richtig, gefühlt oder auch nicht gefühlt. Äh, wie soll ich da die Sachen aussprechen? Kennt ihr das, wenn in eurem Kopf, könnt ihr es genau hören, wie es ausgesprochen wird? Zum Beispiel Englisch, äh, Massachusetts oder sowas. Nix? Wuhu, 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 wuhu. Im Kopf. Ach so. Und dann kommt die Zunge. Äh, ich bin die Zunge. Ich kann das, finde ich. Ah, super. Das sind wir dann. Mie, Mama. Okay, sind nicht so groß, dass man sie wirklich sieht. Ich zoome nochmal richtig raus. Nicht, dass es was ganz Großes ist und überlagert wird. Aber es sieht nicht danach aus. Ähm, hier gibt es ja diese Hochebene. Ich weiß nicht. Wir sind, glaube ich, eher im flachen Gebiet. Das heißt, wahrscheinlich eher dann hier oben drum. Wir haben auch sehr viel Flüsse gehabt. Das würde also für die Region hier ein bisschen sprechen. Puchokahiki. Grüß mal bitte Wielen. Wie, wie Wielen? Wie Wielen? Hallo Nicole Müller. Nicole Müller. Mann, Mann, Mann. Ich und aussprechen. Nicht? Willkommen, willkommen. Pukaschika Pukas. Das suchen wir viel eher Aber Grüße gehen auf jeden Fall raus An alle die zugucken Jederzeit Und am meisten an die in die in Puschakal Wohnen Falls jemand von euch da wohnt Dann gerne in den Discord ein paar Fotos schicken Oder in Tukatusai Kann natürlich auch hier unten In sowas sein Okay Das hilft jetzt nicht wirklich weiter Ich dachte die sind größer Die Straße Ist nicht so klein Süden oder Norden oder Osten Das sieht doch gut aus Wir fahren nach Süden Was haben wir da Shikaralkal Bridge Shikaralkal Kalkaral Vielleicht Vielleicht gehen wir nochmal zurück Vielleicht ist die Stadt Die auf dem Schild stand Am Anfang ja viel viel größer Als die die ich hier finde Go slow Dangerous curve Tevaratham Na okay Ich glaube das ist jetzt nicht Das große Ding Außer Die große Kuh Also die Kühe sind hier auf jeden Fall Alle sehr sehr gut drauf Wenn die dagegen in Indien Wirklich sieht Die sind alle Wobei ich mich frage Warum Also in Indien Stehen die Die Kühe auch auf dem Feld Und können eigentlich Grüne Wiesen abgrasen Oder auch Bäume haben die Und die sind Abgemagert ohne Ende Ich meine Ich meine Ich meine in der freien Wildbahn Würden die doch auch Äh Nur das Fressen Sehen Kühe Normalerweise So abgemagert aus Ich weiß es halt nicht Aber vielleicht sind das halt alles Züchtungen Die Kraftfutter brauchen Nicht so Spezialdinger Und wenn die das nicht kriegen Dann Geht das halt nicht gut aus Dangerous Curve Das ist das einzige Was wir Wirklich noch finden Gut Nächste Kreuzung Und dann Oh ja Aber die sind schon Wirklich gefährlich Die Kreuzung Ich sag wir stehen auch In einer relativ Guten Ecke An einer großen Stadt Das sieht hier alles Wie Vororte aus Nicht die ganze Zeit Häuser links Recht Bedeutet meistens Entweder fahren wir Von einer großen Stadt Weg oder auf eine Große Stadt zu Der Bus mit der Anzeige vorne France Der fährt zu France Natürlich Na wohin soll er Denn sonst fahren Oh hier Das ist gut Da steht da irgendwas For Luxury Floric The Ultimate Destination Kirali Kirali Granites Kochi In Kochi Sind wir Rani Trihu Vahala Gut aber der ist halt In Kochi Nicht Kückchen Wo ist Kochin gewesen Kandi Weiß ich Vielleicht Sind wir Wirklich Hier Auf so Eine Strecke Hier Pukivitaria Wir hatten Irgendwas Mit Poo Poo Aber mit Doppel O Ja Was haben wir Auch noch Nicht Gesehen Okay Ich gehe mal Ich speichere mal Die Ecke Hier Die Die Städte Da werden Mir nicht Helfen Wir starten Hier Direkt Beim Start Und Da steht Puhika Road Ulawagaku Poo Tyhakisul Luceri In Geri Rahala So Gehi Harala Da müssen wir Die Region finden Südprovinz Westprovinz Stimmt Die unten Hießen Südwest Ost Nicht Und oben Die hatten Den eigenen Namen Die Provinzen Ähm Nordzentral Nord Wo ist der Übergang Hier ist einer Nord Ah Das ist Ein lokaler Name Nicht Gihihihara Blöd Wie heißt das Hier unten Ufa Hier Sagamon Buwawara Hier unten Hießen die anders In der Mitte Ah War nur Ein Name Okay Ich dachte es gab Mehrere Kleine Gehihihara Gehihihara Aua Wieso Aua Aua Sagt der Bauer Die Birnen Sind Zu Sauer Die Birnen Sind So Süß Da Ist Er Lieber Grüß Gehihara 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 Hab ich auf jeden Fall Schon mal gelesen Aber wer weiß Ob das wirklich Auch hier war Taluk Sehen wir Taluk Nicht dass die hier drüben auch noch so ein bisschen von dem Zeug mitnehmen nicht Das kann natürlich auch sein Alpapusa district Alapuscha Alapuscha Aber das Trick klingt auch eher nach Indien Nicht Hm Es sieht halt Gut ich weiß Wir waren Meistens waren wir Wenn wir in Indien waren Hier oben Bei Jaipur Ganz oft bei Yala Handa Das kannte ich schon irgendwann aus Wenn nicht und äh Bei Ja Kahant hier Weil Hier Ranschi Ah ok Ja das erklärt einiges Ok Daher kenne ich Ranschi Aber das sieht hier nicht nach Indien aus Aber ok Gut aber es kann natürlich auch ein Ranschi im Dings geben Nicht Da schließe ich mal gar nicht aus Ah lustig Einer von den drei Bezirken und ich sehe sofort Den Ort Weil man ständig an diesen gleichen Stellen landet Bihar Alpusha district Ich meine es ging nur irgendwo nach Ranschi Das heißt wir können auch sonst wo sein Nicht und vielleicht gibt es auch acht Ranschis Ja Vielleicht hieß auch jemand mit Nachnamen Ranschi Ich kann das mir ja manchmal nicht auseinander halten Ich meine Wenn wir uns die Districtnam angucken Passt sowieso keiner nicht Weder Talu gibt es Und das hier wäre mir auch fast zu nördlich aber Muss ich gestehen Vom Sonnenstand her Hm Ok hilft uns alles noch nicht weiter Ich bin gerade einen Legostein getreten Oh Du baust Lego Ich bin neidisch Ich bin neidisch Oh da steht nochmal was dran Die Schilder sehen definitiv nicht indisch aus Sondern Sri Langesisch Also Indien hat gar keine Beschriftung Im großen Stil Und das sieht auch nicht Die Schrift ist auch nicht indisch oder Wenn ich mich jetzt nicht täusche Ist auch nicht thailändisch Also wie gesagt Miramar könnte höchstens noch sein Aber Glaube ich eigentlich nicht Dafür passt das alles nicht so Ich hab mich schon ziemlich auf Sri Lanka eingeschossen Eine Flagge wäre nicht schlecht Wir haben nur diese Fake Flaggen gefunden Bisher Liegt da ne Zeitung aus? Kann man auch nicht lesen MDR Ah Der Der mitteldeutsche Rundfunk hat auch überall sein Sein Beitun Public Works Department Road Division Alla Puscha Schengasa 12.830 Kilometer Okay Es kann nur Indien sein Bei 12.000 Kilometern Oder sind das 12,83 Kilometer Das sind doch 12.830 Also Wie lang ist der Äquator? 30.000? Ich glaube nicht Dass eine Straße so lang ist Also eine Einzelne Weiß ich jetzt nicht Schon ein bisschen 12.830 Ist schon ein bisschen viel Also 12,83 Lass ich mir noch gefallen Aber wo die dritte Nachkommastelle herkommt Bei Kilometern Wär mir der neu Aber okay Road Division Alla Puscha Na gut Mir würde halt das Land Noch viel mehr helfen Ein Punkt Idee Oder sowas Bei einer Werbung Oder Irgendwas Oder SL Oder sowas Nicht Sri Lanka Punktcom Ja wow Oder ein BD Oder sowas Könnte auch noch gut sein Ich muss halt die Region Eine indische Firma In Sri Lanka Aktiv ist Aber die Hinweise Verdichten sich Wahrscheinlich kriege ich gleich den Gegenhinweis Und dann bin ich total Verwirrt Taiku Zuri Es sieht halt sehr sauber aus Für Indien Muss ich mal gestehen Deswegen hätte ich Indien Gar nicht gedacht Der gute Berger Ronny Berger Ist auch hier Bei Creeper Pains Naja Dicken Sniffer machen Tyrokatarasai Be impressed With Indigo Spicy Bakery And Sweets Oh Das Symbol für Glück Was bei uns Probleme machen könnte Dann war das Für mich Eine indische Flagge Mit diesem Fake Schwein Drauf Dann ist es Wahrscheinlich Sogar eine Offizielle Flagge Von irgendeiner Region Vielleicht war es auch Kein Schwein Und das sah nur Von unten Beim Wehen aus Wie so ein Schweinchen Oder was das war Aber ich wusste gar nicht Also Indisch kann ich Null erkennen Das sieht so Rund aus Teilweise Gut Eine Straßennummer Muss her Alles andere Hilft nicht mehr Wir wissen genau Wie die Orte Heißen Wir wissen genau Wo wir stehen Auf dem Meter Genau wissen wir das Weil wir schon Den Straßennamen Hausnummer Alles haben Wir müssen nur Herausfinden In welcher Region Wir sind Indien ist nämlich Riesig Dadurch Dadurch dass es Am Äquator Ist Und wir Eine verzerrte Darstellung Haben Werden die Sachen Hier oben Natürlich Viel weiter Auseinander gezogen Obwohl sie Wesentlich kleiner Sind Und Indien Viel kleiner Dargestellt Obwohl es Eigentlich Viel Größer Ist Deswegen ist Grönland Auch so Riesig Wenn man Grönland Auf Afrika Schiebt Das ist Glaube ich Nur So ein Stück Oder sowas Aber man Kann bei einer Karte Immer nur zwei Sachen Gleichzeitig Darstellen Bei einer Flachen Karte Entweder Erhält man Die Proportionen Kann man Die Abstände Der Orte Nicht Zueinander Einhalten Oder Man Hält Die Abstände Zueinander An Kann Aber Die Proportion Nicht Einhalten Da Gab es Irgendwie So Zwei Mathematische Formeln Und Wege Wie Man Das Berechnen Kann Ja Straßennummer Alles Also Große Straßennummer Nicht Straßennummer Wir Wissen Die Straße Wir Wissen Die Haus Nummer Wir Brauchen Auch Nicht Irgendwie Alla Putter In Ticor Bezirk Wir Brauchen Wirklich Eine Nummer Nach Der Ich Suchen Kann Sonst Bin Ich Verloren Okay Ein Sehr Großer Fluss Es Kann Doch Nur Der Gange Sein Oder Was Recht Sauber Dafür Aber Der Ist Schon Der Geht Nord Süd Straight Und Ist Doch Sehr Breit So Das Heißt Aber Wenn Ranschi Dran Stand Und Wir Sind Jetzt Irgendwo Am Gang Ist Eventuell Wir Könnten Hier Aber Auch Noch Beim Damoda River Sein Der Ist Auch Recht Breit An Manchen Stellen Trugapur Aber Wir Müssten Hier In Thüla Kra Krip Sein Das Sollten Wir Also Sehen Das Muss Ja Dann Genau Am Dings Liegen Und Das Ist Eine Recht Große Stadt Durch Die Wir Gerade Fahren Oder Zone River Auch Noch Groß Ah Erwartet Nord Süd Nicht Nord Süd Gibt Es Gar Nicht So Viel Große Gut Der Gang Es Geht Immer Mal Wieder Nach Nord Süd Nicht Wenn Er Genau Hier In Der Stadt Nur Nach Norden Geht Habe Ich Ein Problem Und Hier Hinten Ist Er Gar Nicht Mehr So Breit Hier Oben Wäre Noch Was Breit Aber Wenn Wir Wüssten Wie Der Fluss Heißt Würde Es Super Helfen Oder Da Da War Noch Mal Orts Namen Info Mac Dudo Und Shertala Viele Sachen Schreiben Sich Hier Auch So Ähnlich Wenn Man Nicht Genau Weiß Dann Weiß Man Nicht Dann Gibt Es Hier Irgendeinen Fluss Bei Ranchi Ich 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 Das Könnte Auch So Einer Nur Sein Nicht Einfach Denn Gerade Ein Bisschen Breiter Ist Weil Weil Er Übergelaufen Ist Oder Das Das Hier Oder So Am Ausgang Dass Wir Hier Sind Gibt Zu Viele Optionen Shit Könnte Dranstehen Ich Kann Es Nur Nicht Lesen Tja Ich kann Jetzt Auch Nicht Wirklich Umdrehen Nicht Alapucha Alapucha Muss Man Doch Erkennen In Irgendeiner Weise Hier AP Alapucha Oder Ne Andara Pardesh Okay AL Vielleicht RJ GJ Die Mitte Sehe ich nicht UP HP A A A BR PH OR C Madia Padersha Ne Ist Auf jeden Fall Keine Der Größeren Regionen Nicht Goa Goa Kiral Kiral Und ganz ehrlich, das sieht doch aber, ich erinnere mich nämlich, weil Indisch hier oben sieht nämlich so aus. Nicht? So ein bisschen, hier ist eher mehr Bengalisch. Und hier ist eher Sri Lankisch. Das heißt, hier ist noch ein Khori. Ach, ich habe einen Kanschi gesehen. Ranschi, nicht? Aber Khori war das. Ja, das macht doch Sinn. Khori macht doch Sinn. Hier, Thüler. Nee, Halarempur. Alapucha. Da sind wir. Und das ist der große Fluss. Und jetzt sind wir in Thüraka. Hier Thal. Nee, Thayka Thyssenkrib. Äh, Thüha. Die sind echt in einer riesigen Metropolregion. So ein Scheiß. Okay, ich habe Khori mit mit äh, Ranschi mit Khori verwechselt. Oh Mann, meine Erinnerung, nicht? Zwei Minuten später und alles ist weg. So, wenn wir jetzt Taiku Tisseri und wir haben noch die Brücke. Können ja eigentlich nur hier sein gerade, oder? So viele Brücken gibt es ja nicht. Hätte ich auch erwartet, dass ich das hier irgendwo sehe. Ich sehe aber Tanemu kommen. Ich glaube, das hatten wir. Okay. Ich gehe mal zurück. Warte mal, wir speichern uns das hier mal ab. Wir gehen zurück zum Start. Wir stehen in Ulva Gapfu in Thüka Tusseri Panchayat. Sehen wir das vielleicht eher? Gertalataluk Und wir sind hier eher in Alapucha Ich meine, wir könnten auch hier in so einem Fluss sein Und das könnte die Brücke eben gewesen sein Oder die Brücke hier Oder die Brücke hier Aber so weit Weg können wir eigentlich schon gar nicht mehr sein, nicht? Dann hätte ich nämlich erwartet, dass er sowas dran steht Mich macht dieses Talai hier Bubububub und dieses Talai hier ein bisschen verrückt und dieses Taha Die alle mal gleich aussehen. Hier Tütakartorussi Das ist die Brücke Oh, da haben wir es Die ist es Alter, dann will ich die Brücke gar nicht sehen Wenn das schon dieses breite Ding ist Wie breit ist denn das hier? Und wie breit ist dann der Gang ist, nicht? Okay Wir haben es Und jetzt stehen wir in der Pokaila Road Und wir stehen hier irgendwo am Wasser oder so Hier Tatil Japan Audit Nee ML4R Road CRC Road Wir können PK Road oder sowas Könnten wir stehen Ich weiß auch gar nicht, wie wir rausgefahren sind Nach Norden, Süden, Osten Search Road Ah Kann man vielleicht eher von oben Hier Puk-Scha-Kal Und das heißt ja Puk-Scha-Hal Road Dann sind wir hier In der Nähe Tatatil 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 oder Road Ich glaube, an der Zoom-Stufe stehen schon alle Straßennamen dran, die es gibt Oh nee, wenn das jetzt nicht eingezeichnet ist Davon bin ich jetzt ausgegangen Dann haben wir ein Problem Ich hätte auch gedacht Hier steht irgendwo Gertala dran Ich meine, immerhin steht jetzt schon mal Puk-A-Hil dran Characal Und das heißt doch dann meistens Die Straße nach Puk-A-Chil Deswegen hätte ich gedacht, dass es irgendeine Straße ist, die dahin führt Hier ist auch Puk-Scha-Kal Okay, also das Ding ist Puk-A-Chil Okay, also das Ding ist Puk-A-Chil Bei Thyssen-Krüb Keine Ahnung, wie man das ausspricht So, und die Straße Ist dann irgendwo hier Ich meine, wir sind bei Gewässer Das ist nach Nordosten Ich würde fast sagen, der Fluss liegt im Westen Dass wir dann hier in sowas sind Marine Venture Martin Church TMV TMV, hier Hier stehen wir Puk-A-Chil Road Wir haben es Okay, und wir stehen In einer Kurve Die geht nach Osten Und nach Nordwesten Norden, Osten, Süden, Westen Und Osten Kann ich hier Weiterfahren Nee, hier ist Ende im Gelände Das heißt Die nach Norden Geht nicht weiter Dann stehen wir hier Irgendwie hier drin Das ist jetzt Schwierig Weil die Straßenführung Entspricht nicht dem Was wir hier sehen Also wir fahren nach Norden Das kommt hin Das kommt hin Dann ist das die eine Straße Die hier Dann ist das die Straße mit dem Knick Dann würde ich fast sagen Stehen wir hier Aber das könnte auch dieses kleine Häuschen sein Ich sag mal hier Das sollte eigentlich reichen Ja Okay Puh 5,56 Meter Doch Indien Hätte ich nicht gedacht Ich hätte nicht in Sri Lanka So viel Zeit verballern sollen Aber okay Gut zu wissen Dass die Seite von Indien Sehr super Aufgeräumt ist Und jetzt kenne ich auch Die Namen hier So ein bisschen Wenn man da nicht oft ist Dann weiß man das nicht Alapucha Nicht Ähm Und Co Und dass die hier unten Erst Sri Lank Nesisch Als Schriftzeichen haben Mit Englisch Weil Sri Lanka ist fast alles Englisch Da kann man ganz gut lesen Ähm Und die haben das hier auch Und hier oben ist ein Erbengal Weil hier kann ich immer nichts lesen Außer die Adressen Wenn ich Glück habe In den Touristenregionen Wenn die Städte größer sind Und hier war ich noch nie Da kann ich nicht einschätzen Wie es wäre Da würde ich mich wahrscheinlich Zu Tode suchen Aber damit kommen wir zu den Results Und da sind wir unter einer Stunde geblieben Das ist sehr gut Und wir haben die 18.000 Punkte Darauf habt ihr doch gewartet Ja Wir haben Katar Guam Und Indien geschlagen Nicht Katar Starke 10 Minuten nur Hätte auch schneller gehen können Ich habe viel geguckt Nicht Guam 6,43 War sehr sehr gut Und Indien 36,44 Ist okay Hätte ein bisschen besser laufen können Aber am Ende Bin ich eigentlich froh Dass wir es gefunden haben Hätte es schlimmer ausgehen können Und ich würde sagen Wir sehen uns In der nächsten Folge Lass ein Abo Und ein Like da Würde mich freuen Wir sehen uns Bis dann Und tschüss Tschüss